Sagt Boschi doch eben, du guckst doch nicht unter die Couch, oder? Ich sauge unter dem Bett nach Gefühl. Pass auf, aber jetzt hier in Lockdown-Zeiten machst du Online-Yoga, lieg ich so hier oft bei mir im Zimmer, so im Shavasana, Endentspannung, kennen Sie vielleicht auch, so, so, und dann guckst du so und denkst, Scheiße, Mist, wie soll ich mich denn jetzt bitte entspannen, weißt du? Und sie die ganze Zeit und atmen und so, ich denke, oh. Und genau deswegen mache ich kein Yoga, weil ich keinen Bock habe auf Saugen. Gleich bei uns im Frühstücksfernsehen haben wir einen ganz tollen Pfeil zu einem Mann, der eigentlich Schuhmacher hat, jetzt mit Existenzängsten zu kämpfen, aber wir haben auch schöne Bilder, und zwar von unter Wasser. Ohne Luft.